Liebe Menschen 50plus, herzlich willkommen bei 50plus Fernsehen heute mit dem Buchtipp 50plus. Wandel des Altersbildes. Sind die Menschen 50plus grau, verbraucht, stumpfsinnig und kapseln sie sich ab von der Gesellschaft? Nein. Die Menschen 50plus, die Babyboomer, sind bunt, sie sind agil, sie sind frisch. Das 50 von heute ist das 30 von gestern. Also die Leute fühlen sich jung, munter und dynamisch und bringen sich auch ein. Wie ist es aber in Europa? Ist das nur ein deutsches Phänomen oder ist das auch in anderen Ländern so? Das beleuchtet das Buch Europas neue Alte. Ein Buch, das in verschiedenen Szenarien Menschen in ganz Europa befragt hat, wie sie sich fühlen, was sie tun, wie sie sich einbringen, was sie fühlen, wie die Gesellschaft auf sie reagiert. Ein überaus lesenswertes Buch, zu dem Sie mehr Informationen im Magazin des Bundesverbandes Iniziativ für 50plus finden. 50plusleben.com hat alle Informationen zum Buch und wo Sie das Buch Europas neue Alte erhalten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Bleiben Sie bei uns. Wir bleiben für Sie am Bein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.